Hallo und Servus meine sehr verehrten Eudinnen und Euden und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich bin der Zahle, ja, und wir stehen mit Maxi in der Zeitgeistgalerie in San Francisco, denn sie hat den Wettbewerb gewonnen. Den Wettbewerb Helden des Alltags oder Everyday Heroes, wie es im Original heißt, das sehen wir an dieser Wand, an dieser schönen Wand. Ich mag solche Displays eigentlich sehr gerne. Gibt es hier eigentlich etwas um die Ecke? Da gibt es noch was um die Ecke. Wir gehen da einfach gesenkenhauptes weg und sagen nichts dummes. Oh, wir sind uns also zu fein, um zu antworten. Wir lassen den einfach nur labern und gehen dann nur weg. Maxine, was ist mit dir passiert? Ah, die gemeinen? Es gibt gemeine Kommentare. Äh, so eine Inspiration. J.deitz. Nicht so gut wie die Show letztes Jahr, sagt David Foy. Okay, NMB meint, da möchte ich direkt selbst Fotos schießen. Lisa Simpsons, die Zukunft der Fotografie beginnt hier. Thomas Faber, die Helden, wählten den Pfad des geringsten Bedauerns und Anthony Case meint, ein großartiges Beispiel totaler Überwachung. John Doe sagt, ihre 15 Minuten Ruhm sind fast um. Danke, das ist sehr schön. Steve, inspirierendes Material. Da war ja nichts Gemeines so, ne? Ja, das ist wirklich gemein. Wirklich gemein, nicht. Whatever. Guck mal, da ist ja diese HowHotBug. Schön. Das Motiv rechts erinnert mich sehr stark an etwas. Ähm, ich weiß aber nicht an was. Sonst würde ich euch das jetzt sagen. An irgendwas, ähm, Spiel? Oder könnte das ein Musikvideo gewesen sein? Ich weiß es nicht. Und hier unten sitzt unser Foto. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass das die Dame ist, die wir fotografieren müssen. Hm, das sieht sehr familiar. Das ist vielleicht zu meta-metaphorisch. Äh. Einfach mit ihrer Kamera. Nachtsicht, äh, ist hier das Achievement. Wir haben das mit ihrer Kamera geschossen. Die wird natürlich überrascht sein, dass jemand ein Bild von ihr gemacht hat. Nämlich Max Caulfield, äh, im selben Style wie das Gewinnerfoto von Max Caulfield. Voll cool. Das ist ja voll das coole Motiv. Warum die Kamera vom Lehrer? Kommen wir da nochmal hin? Müssen wir da nochmal rein? Können wir mit der Frau nicht reden? Doch. Wir antworten nicht. Wir antworten nicht. Schade, dass sie uns nicht erkannt hat. Ähm. Sie wird es aber schon noch mitkriegen. Sie wird eines Tages merken, hey. Äh, Max Caulfield und das Foto. Wie kommt das da hin? Auf mein, auf mein Fotoapparat. Und dann wird sie sich erinnern. Hey, Moment, ich hab doch mit Max Caulfield gesprochen. Ich mag es. Oh, aber... Erinnern, wie viel Zeit es braucht, um eine Skulptur zu machen. Bevor das Spiel es uns verrät. Ich weiß nicht, ob das Spiel es uns verrät. Aber bevor das Spiel es uns verrät, verrate ich es euch. Nicht, dass dann heißt, die Harzahle. Das wusstest du doch gar nicht. Das hat das Spiel jetzt gesagt. Das muss einfach dieses Ding. Also es sieht übrigens erstmal grandios aus. Und ich würde mir das sofort so hinstellen. Ähm. Wer das von euch machen kann, macht es mir bitte. Ich kaufe es euch ab. Ich kaufe es euch ab. Nicht für extrem viel Geld. Äh, denn dazu bin ich nicht reich genug. Also... Aber wenn der, wer sowas machen kann, hammermäßig. Äh, das ist eine Anspielung auf, äh, The Ministry of Silly Walks von Monty Python. Gebt es mal ein. Gebt einfach mal Silly Walks ein. Also blödes Laufen. Ähm. Und guckt euch einfach mal den Laufstil der Person an. In, äh, diesem Clip, den ihr da sehen werdet von Monty Python. Und, äh, vielleicht erinnern euch diese drei Bilder daran. Äh, diese drei Statuen daran. Oh ja. Silly Walks. Nämlich. Haha, das ist doch super. Diese Anspielungen im Spiel sind... Ich habe bestimmt eine Menge Anspielungen nicht gerafft. Aber die, die ich gerafft habe, sind super. Super, super gut. Moment mal. Okay, das war das Gästebuch. Ja, das war das Gästebuch. Wie ich halt immer an die Lehrer denken muss, wenn ich solche Typen sehe. Mit Brille, Bart und, äh, hier. Das sieht doch ganz lecker aus. Im ersten Moment gedacht, dass er vielleicht Sushi ist, aber nicht. Es war cool, dass Principal Wells kam. Ich weiß nicht. Ich bin einfach glücklich. Ich bin nur ein Foto-Gericht. Keine Ahnung, ich bin ein Foto-Gericht. Keine Ahnung, du bist kurz, Max. Vielleicht fühle ich mich für das Gäste. Äh, Jefferson hat uns getäuscht. Es ist nicht Ihre Schuld. Ich habe versucht, es Ihnen zu sagen. Ich werde jetzt noch Vorwürfe machen. Ja, er ist in Jail, mit Nathan, für Kidnappung und Mörder. Und Sean Prescott ist nun unter sehr starkes Investition für alle seine Jahre von Korruption. Geld und Macht können Sie nur so lange schützen, in Arcadia Bay. Ja, das ist, dass für einmal, Sean Prescott eigentlich keine Ahnung was mit Jefferson hatte. Und er hat sogar ihn zu Blackwell gebracht. Mhm. 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 Ja, klar. Äh, guten Appetit, Ray. Äh, ich meine, guten Appetit, Ray. Okay. Mhm. Champagne macht mich zu denken, mich und Chloe mit diesem Wein zu verabschieden. Oh, okay. Sag bloß, wir dürfen jetzt plötzlich trinken. Das glaube ich nicht. Wir sind da nur 18 und da müssen wir mindestens 21 sein in den Staat. Young and Grunge. Mhm. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. The Independent. The Independent. Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verhaftet. Wie er da ganz anders aussieht, ne. Und die ganzen Bilder, ich meine, das sind echt schöne Motive und die hat auch jemand für das Spiel halt einfach gemacht. Und ich finde es einfach so krass. Was ist mit dem Mann? Warum sprechen wir einfach so irgendwelche fremden Männer an? Oh, hey, you're the one who entered the self portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects to focus. Oh, very smart. Okay. Ähm. Wir sprechen nicht sie an. Sie sprechen uns an. Anywhere. Like, I do not understand art. Hm. Das sind solche schönen Motive. Könnte man sich einige eigentlich auch selbst aufhängen irgendwo. Mann? Dann sprechen wir halt wieder mit diesem Mann. Well, I have to say. This is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Alles klar. I guess everybody is a photographer now. Auch schön. Voll schön. Ah, wir setzen uns dann auch noch gleich hin. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations and I hope you get a lot more attention. Minus Tages. This makes me feel so sad. Like I was back in high school. Oh, yeah. Usually these kind of contests, they put me to sleep. But I like how this show is about specific actions. You know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. How do these galleries afford to rent here? Is that not beautiful? That's so beautiful. That's so beautiful. That's so beautiful. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay. Okay. So, I want to... Have I already seen. I want to do that to the end. Yes, the best you always do for the end. I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. All of them. Sorry, I don't know your name. But I saw your picture in the gallery brochure. And I just wanted to let you know how cool your entry was. Okay. 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 So, da stehen gerade auch wirklich die meisten Leute vor unserem Bildchen. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Das Beste kommt zum Schluss. Ein Journalist. Eine Dame vor einem weiteren Motiv. Eine Frau. Oh, das mit dem Hund und dem Jungen ist süß. Das ist ein schönes Foto. Ich meine, das ist natürlich ein Motiv, wenn man sich das aus Fotos vorstellt. Es ist halt bestimmt nicht so schwer, nicht so einfach gewesen, also schwer gewesen, die im richtigen Moment zu schießen. Dennoch wirken sie wahrscheinlich in dieser, in diesem Stil, also gezeichnet. Entschuldigung, ich wollte dir nur sagen, wie viel ich deine Fotos liebte. Ich habe es heute viel gesehen, aber es ist etwas körperliches und unterstattet in yours. Ich kann nicht warten, um viel mehr von deinem Arbeit in der Zukunft zu sehen. Und dann rempelt sie uns an. Ich musste sie mal ansprechen, weil ich dachte, sie laufen uns irgendwie davon. Das wollte ich nicht. Es sieht trotzdem so gezeichnet viel besser aus wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die Motive so gut wären. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, müssen sie schon sehr sehr gut fotografiert sein. Ich finde das gezeichnet einfach super gut. Mit dem Journalisten können wir wahrscheinlich reden. Richtig. Wir ruhen uns aber erstmal ein bisschen aus. Komm, hinsetzen. Ich kann nicht glauben, dass ich hier in San Francisco bin. Wie kann ich das nachdem, nach dem Tod der Todesmöge ich gesehen habe? Ich wünsche ich Chloe mit mir hier mit mir. Ohne sie, ich hätte nicht gefangen können. Ich bin Frau Jefferson. Und sie hat mich immer immer gegründet. Und sie hat mich immer gegründet. Und sie hat mich immer gegründet. Auch wenn es so trivial ist, nach dem, was mit Rachel und Kate. Aber für welche Sache, ich habe diese Macht. Ich hoffe, ich habe es endlich benutzt. Ich hoffe, ich habe es richtig gegründet. Das ist so schön, dass sie das bis zum Schluss durchs ganze Spiel so durchgezogen haben. Dass man Gelegenheit hat, sich ein bisschen hinzusetzen. Sich auszudruhen. Das Geschehen zu beobachten. Nachzudenken. Abzuschalten. Obj Das kann man schon mal länger machen, aber nicht im Let's Play, keine Sorge, wir stehen wieder auf und es geht weiter. Auf ins Gespräch mit dem Journalisten, oder erst mal, nicht dass er triggert. Man weiß ja natürlich nie, wer triggert. Komm, das Foto kommt zum Schluss. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Ja. Ja, sorry to bother you, but my name is Danny Lee and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section and I totally did your work. Now I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images. So I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Danke für deine Visitenkarte, du eigenartiger, eigenartig texturierter Journalist. Er hat irgendwie so ein, irgendwas mit seinen Gesichtskonturen, irgendwas ist so komisch, schwammig, texturiert. Ja, okay. Du bist doch so ein Jefferson-Verschnitt, oder? Bist doch bestimmt auch so ein kleiner mörder. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Hi. Hi. Oh. Hi. 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 We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Hey. Oh, you left the ringer off, idiot. Come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's true. What? You saw the tornado. It's coming. What? What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm, I'm by the beach. Chloe, can you hear me? What? Hello? Jetzt? Hello? Ach, du Scheiße. Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Nah, du kannst aber kein tornado auf... Arcadia Bay is gonna be destroyed. Du kannst kein tornado aufhalten. There has to be a way to stop this. For good. Du kannst kein tornado aufhalten. Wie willst du das für immer stoppen? Du kannst kein tornado aufhalten. Maxine, alles aber das nicht. Was hier aber machen kann, was wir machen können, liebe Freunde. Ich finde diese Wand hier gerade wunderbar. Es ist echt eine schöne Wand. Sorry, aber ja, mein Gott, es ist eine schöne Wand. Ja, ich mag die Wand. Mir gefällt sie. Mir gefällt die Textur. Ähm, ähm, äh, äh, ich kann mir das ja später nochmal länger angucken. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge Life is Strange. Wie wird's da wohl weitergehen? Was passiert mit Chloe? Wie wollen wir, oder was plant denn da Maxine zu tun, um da jetzt in den Sturm, äh, irgendwie... Sie kann ja keinen Sturm verhindern. Okay, sie kann vielleicht Chloe da rausziehen, aber das wusste sie doch vorher auch schon. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Bis morgen. Ciao und servus. Ciao und servus.